So, erste Eindrücke von der Friedensmahnwache in Stuttgart heute. Wir starten da, heute vor der Kasse, im Regen, mit Schirm und Polizeischutz in der Welt. Wir standen heute, 40 Personen, vor der Kaserne in Stuttgart, in Stuttgart im Regen, Lieninger Straße, aber hatten dennoch, den Segen am Karfreitag für mehr Frieden im Jahre 2016. Wir sehen in dieser Welt, in dieser Welt, diesen Frieden standen. Heute vor der Kaserne, im Regen, aber hatten dennoch, die Ziele für mehr Frieden in der Welt. Wir standen, hoffentlich nicht umsonst, heute vor der Kaserne, Frieden beginnt in mir selbst, im Regen, im Alltag und überall. Aber hatten dennoch, wenn wir als Menschen in Segenwärtigkeit an den Tag liegen, und in dieser Welt Frieden geben in Freiheit und Liebe.